Herzlich willkommen zum neuen Video. Wir fahren heute zur Müheweide in Duisburg. Wir gehören aus dem Stammtisch. Die machen einmal im Jahr am Wochenentreffen Camping. Normalerweise campten wir damit, aber da wir dieses Jahr urlaubstechnisch nicht hingekriegt haben, machen wir heute mal einen Samstag so einen Abstecher und gucken uns das mal an. Nehmen wir euch mal ein bisschen mit. Ich zeige euch mal, was da so los ist. Es wird auf jeden Fall ein Treffen, was man empfehlen kann. Sehr gut organisiert. Obwohl da, ich sage mal, ein relativ kleineres Treffen ist, ist da trotzdem zum Beispiel ein Duschwagen und so. Also da ist schon relativ gut organisiert. Da kann man auf jeden Fall mal ein Wochenende hinfahren. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg und dann nehmen wir euch mal mit und zeigen euch das gleich und dann sehen wir uns gleich wieder. Hallo, hallo. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Tell the music. Bis zum nächsten Mal. Ja, Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Pick it up. 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 Bis zum nächsten Mal. Yeah, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Do it for me like that. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. komt. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017